Grüß euch liebe Leute! Die AK Bibliothek hat bis einschließlich 31. August geschlossen. Aber zum Glück gibt es ja die digitale Bibliothek, denn wir lassen euch literarisch natürlich nicht im Stich. Die digitale AK Bibliothek ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Wir bieten über 30.000 E-Books und über 5.500 digitale Audios an und die Nutzung ist kostenlos. Die Registrierung ist jederzeit über die Homepage der Arbeiterkammer möglich. Den ganzen Sommer ist jemand da, der die Registrierung durchführt und euch dann die Zugangsdaten per E-Mail zukommen lässt. Ansonsten bleibt mir nur mehr zu sagen, wir freuen uns bereits auf Dienstag, den 1. September, denn da sperren wir die Tür der AK Bibliothek wieder für euch auf und wir werden mit jeder Menge neue Bücher, Zeitschriften, DVDs und Hörbücher auf euch warten. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sommer. Erholt euch gut, setzt euch gleich einen überflüssigen Risiken aus. Wir sehen uns am 1. September. Bleibt gesund!